8.10.2019, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bitcoin ist gestern 7,29% gestiegen und auf dem Daily Chart haben wir eine Bullish Engulfing Candle gesehen. In diesem Video gehen wir auf die kurz- bis mittelfristigen Implikationen dieser Tageskerze ein, beziehungsweise was denn die Price Action von gestern bedeuten könnte. Wie immer werde ich euch auch meinen sozusagen Gameplan präsentieren, wie ich das Ganze jetzt interpretiere, was ich dazu zu sagen habe und euch in diesem Video, wie gesagt, wie immer kompakt und schnell die wichtigsten und hilfsreichsten Informationen zum aktuellen Chartgeschehen wiedergeben. Die Preisbewegung, die wir seit diesem größeren Abverkauf gesehen haben, war jetzt ja nicht so wahnsinnig spannend, da wir seitdem eigentlich in dieser ziemlich eng definierten Range Train, Das heißt, für Trader, die jetzt eher langfristig orientiert sind, hat der Markt nicht so viele Signale hergegeben. Und mein Ansatz beläuft sich mittlerweile ja auch eher auf die Charts, die über dem 4-Stunden-Chart stattfinden. Das heißt, ich bin relativ wenig mehr auf den Charts im 15- bis 1-Stunden-Bereich zu finden. Da war ich noch eher involviert im Sommer, in der Sommerphase, wo wir mehr Volatilität hatten, hat es durchaus Sinn gemacht, für mich auch einen 15- bis 30-Minuten-Chart zu trainen. Momentan macht es für mich aber eher weniger Sinn. Deswegen bin ich stark an einer Swing-Trading-Variante sozusagen orientiert. Wie mein kompletter Strategieablauf aussieht, das heißt, welche konkreten Indikatoren bzw. EMAs ich dafür verwende. Und was denn so meine Entry-Signale sind, wie denn mein Risikomanagement aussieht und wie denn meine genaueren Stops aussehen, das wird ein Thema für das nächste oder übernächste Video. Ich sage das jetzt voraus, da ich die Nachfrage deswegen bekommen habe, auch wegen ein paar anderen Themen. Ich glaube, Deribit war darunter, Deribit-Optionen. Das sind alles Themen, die ich noch auf meinem Kanal abarbeiten will, covern will. Aber momentan bin ich zeitlich eben noch zwei, drei Wochen ziemlich beschränkt, dass ich nicht wirklich großartig viel Skripten, Skripte vorausschreiben kann für ein Video. Dementsprechend beschränke ich mich eher auf die kompakten Updates, wie wir sie jetzt haben. Aber das Ganze kommt noch im Laufe der nächsten Wochen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt dieses Video. Und vorweg noch kurz Theorie am Whiteboard. Was ist denn eine sogenannte Bullish-and-Gulfing-Candle? Das Ganze ist eigentlich ziemlich simpel und ihr seht es eh am Chart von gestern. Aber um das Ganze nochmal so visuell ein wenig aufzubereiten. Wir haben im Prinzip eine kleinere Tageskerze, die von einer anderen Tageskerze umgangssprachlich aufgefressen wird. Das Wichtigste oder das Wichtige für mich an einer Bullish-and-Gulfing-Candle ist, dass wir an dem jeweiligen Tag unter dem Low des Vortages trainen und über dem High des Vortages schließen. Es gibt ja oft Konflikte in der Definition eines jeweiligen Begriffes. Aber für mich ist der wichtigste Part einer solchen Tageskerze, dass wir eben das Low vom Vortag aus dem Markt nehmen und über dem High schließen. Das heißt, wir haben etwaige Short-Seller, die eben unter diesem vorherigen Tages-Low in den Markt gekommen sind, unter diesem Low gefangen und sind direkt am selben Tag noch über das alte High marschiert. Das heißt, etwaige Leute, die versucht haben, den Bruch des Tages-Lows mit einem Breakout-Trade zu shorten, sind jetzt gefangen. Das ist so meine Interpretation der Bullish-and-Gulfing-Candle. Und für mich ist ja immer der Kontext wichtig dahinter. Es zählt für mich nämlich nicht nur, ja, eine Bullish-and-Gulfing-Candle ist Bullish, weil es so im Lehrbuch steht, sondern für mich ist es auch wichtig, dass ihr die Implikationen dahinter versteht und die, ja, wahren Abläufe sozusagen die wahre Marktpsychologie dahinter. Denn das Wichtige an einer Bullish-and-Gulfing-Candle ist nicht, dass es eine Bullish-and-Gulfing-Candle per se ist, sondern dass wir den Fakt haben, dass eben Leute hier getrapped sind, also auf Deutsch gesagt gefangen sind, aufgrund dieses Fake-Breakouts und mit direktem Aufkauf nach oben. Und wie immer in meinen Videos, Kontext ist sehr wichtig, also Kontext, in dem ein gewisses Muster stattfindet. Und dementsprechend habe ich für euch ein paar Beispiele solcher Candles vorbereitet. Ich weiß, das Thema Bullish-and-Gulfing-Candle wurde gestern schon wieder groß hervorgebracht, aber ihr müsst immer ein wenig aufpassen und immer ein wenig selber für eure Daten sorgen und etwas nicht zu überinterpretieren. Denn ich habe eine ziemlich interessante Konstellation gefunden im Euro-Dollar-Chart, das war am 23. August und es erinnert mich ein wenig an die Konstellation im Bitcoin-Chart. Wir haben ja einen ähnlichen Fall gehabt, eine extreme Bullish-and-Gulfing-Candle. Das heißt, wir haben hier das Low aus dem Markt genommen, wir schließen hier wieder darüber. Also ganz, ganz, ganz klassische Bullish-and-Gulfing-Candle. Aber was passiert? Es gibt keine bullische Fortsetzung, sondern einen großen Abverkauf. Wie ist das Ganze jetzt zu interpretieren? Denn der Euro-Dollar ist seit Ewigkeit in einem großen, übergeordneten Downtrend und dementsprechend ist eine Bullish-and-Gulfing-Candle in einem Downtrend auch nur halb so effektiv wie zum Beispiel in einem Uptrend. Also Kontext ist immer sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite will ich euch noch ein bullisches Gegenstück zeigen, nämlich hier am Dollar-Yen-Chart. Das Ganze ist schon ein wenig länger her. Das war im März 2018. Aber auch wieder hier eine ähnliche Konstellation, beziehungsweise die Candle ist ziemlich ähnlich. Wir haben hier das Tages-Low vom vorigen Tag aus dem Markt genommen und wir schließen über den Daily High. Was hier danach folgt, ist eine sehr, sehr rapide Kaufbewegung. Das heißt, der Markt kauft schnell nach oben, aber auch hier wieder der Kontext. Wir haben hier einen großen Abverkauf gesehen und sind hier aufs erste größere Support-Level gekommen. Das heißt, dieser Chart ist für uns schon ein wenig interessanter, auch wenn er jetzt natürlich nicht ein direktes Replika vom Bitcoin-Chart darstellt. Wir haben auch hier beim Dollar-Yen einen Top gesehen, wenn ihr das jetzt vergleichen wollt mit dem Bitcoin-13k-Top. Eine nicht ganz ähnliche Struktur wie beim Bitcoin, aber trotzdem eine Seitwärtsphase, eine Konstellationsphase, dann dieser größere Abverkauf hier auf dieses Level, wo wir dann den ersten stärkeren Support gefunden haben, auch wenn man sich hier die Fibonacci-Levels anzieht, haben wir hier ein 70,50%iges Retracement und von hier dann eben die Bullish-Engulfing-Candle, die im Kontext natürlich um einiges mehr zählt, als eine Bullish-Engulfing-Candle in einem Downtrend. Kommen wir jetzt also zum Bitcoin-Chart. Ich bin ja ein wenig zwiegespaltener, da mich der Wochen-Chart oder da mich der Wochen-Chart und der Monats-Chart schon noch ein wenig Bullish stimmen lässt, da, wie gesagt, hier noch nicht wahnsinnig viel passiert ist. Was mich aber eher bearish stimmen lässt, ist die Konsolidationsphase am Daily-Chart, bzw. Daily-Chart war, habe ich ja schon gesagt, nach diesem Bruch nach unten. Es ist im Regelfall jetzt nicht das beste Zeichen, wenn man nach einem großen Ausverkauf einer Konsolidation sieht und es würde mich definitiv nicht wundern, wenn wir aufgrund dessen nochmal ein Leg tiefer sehen würden. Wie immer, ich habe immer Action-Plans sozusagen für beide Szenarien. Man wird ja auch gefragt, wenn man seine Wahrscheinlichkeiten nach den Charts bemisst, ja, dass man es immer so sagt praktisch, oder das wird einem vorgeworfen, dass man es immer so formuliert, dass man im Endeffekt richtig ist. Das mag vielleicht stimmen, aber gebundener ist der Ausgang immer an eine Kondition, die vorher eintreffen muss. Natürlich kann ich oder kann kein Chart-Analyst jetzt anhand dieser Bewegung sagen, dass wir entweder mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit das hier sehen werden oder dass wir mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit das hier sehen werden. Der wichtige Punkt dahinter oder der wichtige Punkt, den ihr mitnehmen sollt, ist, dass man für den jeweiligen Fall vorbereitet sein sollte. Das heißt, solange wir in dieser Konstellation sind, gibt es eigentlich nicht wirklich eine Seite, auf die man sich mit großer Wahrscheinlichkeit positionieren kann. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Low brechen, dann können wir zum Beispiel als Long-Käufer oder als Bullen sozusagen schon planen, den nächsten stärkeren Support zu kaufen, der logischerweise hier wäre. Das heißt, man hat seine Order hier drin, man wartet auf das Ereignis A, welches das Ereignis B wahrscheinlicher machen würde. Und gleichzeitig hat man oder habe ich auch für das zweite Ereignis, für das bullische Ereignis, natürlich auch einen Action-Plan. Das heißt, sollten wir jetzt wirklich den Bruch hier drüber schaffen, was ich eh schon im letzten Video erwähnt habe, würde ich zwar effektiv 19% an vermutlichen Gewinn verlieren, da ich mich nicht schon hier positioniert habe, aber ich habe mein Risiko um eine Weltlänge sozusagen reduziert. Denn wie gesagt, sobald wir hier drüber sind, kann ich meinen Einstieg hier finden und habe mein Risiko dann minimiert, da ich meine Stops wieder hier drunter legen würde. Es würde keinen Sinn machen, wenn wir echt so viel Kaufkraft sehen würden, dass wir wieder über die alte Range gehen, nur um von dort direkt wieder abzuverkaufen. Wenn ihr euch hier schon positioniert, dann muss es euch im Klaren sein, dass wir definitiv ein Szenario sehen können, wo wir eventuell in den Bereich 7100 bis 6800 gehen, nur um danach wieder hier zu rangen. Das heißt, ihr solltet immer schauen, dass ihr eure These, eure Hypothese, wohin sich der Markt bewegen wird, hinter Bedingungen koppelt, um für die jeweiligen Ausgänge auch entsprechend vorbereitet zu sein. Es macht keinen Sinn, sich nur für ein Long-Szenario zu positionieren, da ihr im schlimmsten Fall mit einem sehr, sehr großen Verlust ausgestoppt werdet. Das heißt, ich habe immer zwei Szenarien, die ich beobachte. Kommen wir jetzt nochmal zu Bullish & Gullfing Candle. Man muss zwar sagen, dass wir schon wirklich hier den ersten stärkeren Support haben vom Daily Chart, aber auch wenn wir uns die Fibonacci-Levels anziehen, deutet es definitiv darauf hin, dass wir eventuell noch ein Lag tiefer vor uns haben. Wir sind hier im ziemlich Niemands-Bereich. Die 200er-Linie am Tageschart wurde leider ohne viel Gegenwehr durchbrochen, was mich zwar bis heute noch wundert, aber was ich eher auf die große Menge an Liquidationen schiebe. Und wir sind jetzt hier sozusagen im ziemlich Niemandsland. Wir haben zwar hier ein Support-Level, wir haben hier ein Demand-Level, aber wir sind weder 50er-Retracement, das hat die einmal kurz gehalten, aber wurde dann gebrochen, wurde dann re-getestet und jetzt baumeln wir hier rum. Das 62er-Retracement, das heißt die Golden-Pocket-Ratio ist noch unter uns. Es würde mich definitiv nicht wundern, wenn wir ein Manipulations-Szenario sehen würden, das heißt einmal kurz hier hin, um danach wieder nach oben zu gehen. Das heißt, die Bullish & Gullfing Candle bewerte ich hier jetzt einmal nicht stark über. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das versteht. Nur weil wir eine Bullish & Gullfing Candle sehen, heißt das im Kontext jetzt noch nicht, dass wir sofort wieder hier nach oben gehen. Auch, ganz wichtig, große Bewegungen entstehen selten nach sehr, sehr kurzer Konzidierung. Das heißt, wir haben jetzt hier, auch wenn es uns schon eine Ewigkeit vorkommt, eine Konzidulation seit dem 27. September. Das ist noch nicht wirklich eine große Akkumulationsphase, selbst wenn wir jetzt eine bullische Marktphase vor uns hätten und wir definitiv wieder über diese Range sprechen würden, das heißt, in den Bereich 10.000 gehen würden, bräuchten wir von hier einen 30-prozentigen Anstieg. Was will ich damit sagen? Solche großen Anstiege gehen im Regelfall immer mit einer längeren Konzidationsphase vor. Das heißt, es ist jetzt wirklich nicht ein Grund gegeben, Euphorie auszubrechen, nur weil wir gestern diese Tageskerze gesehen haben. Wir gehen jetzt auch auf dem 4-Stunden-Chart. 4-Stunden-Chart zeigt uns eindeutig, dass wir in einer Range sind. Das heißt, wie immer bei mir, ihr wisst, glaube ich, meine Einstellung zu Ranges. Ranges ist jetzt nicht oder sind jetzt nicht der Bereich, wo ihr großartig viel Geschäft machen wollt. Das heißt, eine Range ist nicht das Spannende. Man kann probieren, das Range High zu shorten. Das heißt, 8.400 wäre ein Short, 7.700, solange der Boden haltet, wäre ein Long, natürlich mit sehr, sehr engem Stop unter diese Lows. Und bis wir nicht über 8.400 brechen, bin ich erstmal auch nicht an der Longside interessiert. Das heißt, ihr habt jetzt das nächste Level von mir, wo ich kurzfristig drauf schaue. 8.400 ist, glaube ich, eindeutig definiert und sollte den meisten Zuschauern von mir bestimmt schon auch selber aufgefallen sein. Wir haben hier ein eindeutiges Level, von dem wir trainen können und von dem wir uns positionieren können. Das heißt, ihr könnt eure Alarme setzen, sobald wir hier drüber brechen, gibt es hier ein Level, von dem man Longpositionen eröffnen kann, könnte, sollte, je nachdem, ich bin natürlich nicht euer Finanzberater, das wisst ihr eh und von dort wäre dann ein bullisches Szenario wahrscheinlich, wäre kurzfristig der Action Plan. Natürlich, auch wieder die zweite Kondition, sollte es ein Fake-Ausbruch sein, das heißt, sollten wir diese Stops aus dem Markt nehmen und wieder darunter schließen, sind wir wieder bearish und würden diesen Retest shorten. Wie gesagt, immer zwei Konditionen, immer zwischen den Entry-Signalen, darum geht es im Handeln, darum geht es im Trading, ihr müsst nicht wirklich oft richtig haben, es reicht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, das heißt, jedes zweite Mal richtig, mit einer gesunden Risk-to-Reward-Ratio könnt ihr so langfristig profitabel sein und ja, ich denke, das reicht für dieses Video erstmal, die wichtigsten Themen sollten abgearbeitet sein in diesem Video und ich denke, ich konnte euch damit wieder einen ziemlich umfassenden Ausblick über die kommende Woche geben, sollte natürlich wieder was Größeres passieren, das heißt, sollten wir größere Preisbewegungen sehen oder irgendwas Unvorhergesehenes passieren, das heißt, ein Ausbruch aus dieser Range über 8400 oder ein Ausbruch aus der Range nach unten, das heißt 7800, werde ich euch natürlich wieder laufend updaten für diese eher langweilige Marktphase, diese Seitwärts Range reicht glaube ich ein Video die Woche, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, viel Erfolg in eurem Handel, euer Chris.